Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu einem weiteren Video. Heute mal wieder zu Star Wars Battlefront 2 und das Besondere an dem Video heute für mich, ihr werdet davon wahrscheinlich nicht viel mitbekommen, aber es ist für mich so ein kleines Testvideo. Ich habe mir nämlich ein neues Videoschneiderprogramm zugelegt, wie wir uns heute die Ewokjagd angucken. Das ist ein Modus, wo 20 Spieler in einer Lobby quasi spawnen. Zwei davon sind Ewoks, der Rest sind Sturmtruppler. Und die Sturmtruppler müssen quasi überleben und sich am Ende retten. Die Ewoks müssen halt eben das verhindern. Und sobald man als Sturmtruppler stirbt, spawnt man eben als Ewok danach quasi und muss dann quasi seine alten Kameraden, ja, kann man sagen. Und der macht ziemlich viel Spaß. Als Ewok bin ich noch nicht ganz so gut Sturmtruppler. Jein geht so, weil man sieht wirklich wenig, das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, wir schaffen zwei Runden. Einmal, wo wir als Sturmtruppler starten und einmal, wenn wir als Ewok starten. Das kann ich aber leider nicht beeinflussen, das ist reines Zufallsprinzip. So, wir sind jetzt als Sturmtruppler gestartet. Haben aber komischerweise vier Ewoks. Das heißt, die Runde läuft also schon. Und ich werde mich jetzt einfach mal an meine Teammates versuchen, heranzuheften. Ah, und da hat uns auch ein Ewok erwischt. Ich habe ihn nicht gesehen. Das Gute ist, wir starten jetzt als Ewok. Und als Ewok haben wir insgesamt drei Fähigkeiten. Einmal hier unseren Schnüffelmodus. Dann haben wir auf L1 haben wir so eine Art Schleuder, wo dann so eine Glühwürmchen oder sonst irgendwas rauskommt, die dann ein bisschen Schaden machen. Und auf R1 haben wir das berüchtigte Horn. Dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Angriffsstärke. Und ein bisschen mehr Verteidigung, glaube ich auch. Ja, Schale. Die passen gut auf. Oh, hier unten haben wir einen. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Jump vom Baum hin. Wo ist er denn? Ach, der wird unterwürdig sein. Hier ist nämlich eine Höhle. So, da haben wir jetzt wieder einen. Jawohl, haben wir ihn bekommen. Ich habe zwar nicht viel Schaden mitgemacht. Jawohl, wir haben unseren ersten Klon erwischt und haben damit sogar die Runde gewonnen. Sehr schön. Oh, wir starten als Ewok direkt am Anfang. Ja, da habe ich gerade versucht, so einen Angriff zu machen. Ich habe ihn aber leider nicht getroffen. Knapp daneben. Ist auch leider vorbei. Komm schon. Ah, es gibt es doch nicht so knapp. Ich glaube, fünf Hits braucht man. Und dann hat man quasi... Ja, den Sturmtruppler getötet. Hier unten ist jetzt zum Beispiel... Nein, lauft doch nicht weg. Das gibt es doch nicht. In dem Moment, wo ich runterspringe, läuft er weg. So, wir haben es endlich geschafft, als Sturmtruppler auch mal zu starten. Ihr seht, man sieht halt überhaupt nichts. Und ich persönlich finde es immer am besten, wenn man halt sich... Ach, das war eine Falle. Äh, lol. Gott sei Dank bin ich ja schnell genug durchgelaufen. Ja, aber man... Scheiße. Haben sich nämlich den nächsten schon wieder geholt. Das ist halt immer die Frage, ne? Ist das gut, so auf den Haufen zu hocken oder halt eher nicht? Zack, haben wir uns wieder eingeholt. Ey, ich möchte die Runde halt da oben... Ah, nee. Ist ein Vogel gewesen. Man muss eigentlich auch echt oft nach oben gucken. Einfach mal mit draufballern. Irgendwas wird man schon treffen. Auf wen schießen die denn? Ah, wir haben schon wieder einen verloren. Na, die Kiste ist schon leer. Ach man, die werfen uns hier gerade echt voll damit. Aua. Scheiße, Mann, jetzt darf mich auf keinen Fall einer hitten. Na, du verhasst mich nicht, mein Freund. Ach man, diese Glühwürmchen, ne? Von da hinten kam, der ist geworfen. Ach nein, ach man. Ach, schade. Echt schade, Mann. So kurz davor gewesen, das erste Mal als Sturmtruppler zu gewinnen. Aber na gut. Ne, werden wir nicht schaffen. Jawohl. Gut gemacht, teammate. Lauf, lauf. Kleiner Evo, glaub. Nein, ich konnte da nicht durch. Schade. Aber es leben nur noch... Ich wollte gerade zwei Schagen. Es leben nur noch drei Sturmtruppler. Und die werden wir uns jetzt auch noch einverleiben. Jawohl, wir haben wieder einen bekommen. Komm schon, komm schon. Dürfen nicht reinkommen. Sehr schön, sehr schön. Nice. Nice, das war wirklich knapp. Wir hätten es beinahe geschafft... Äh, die hätten es beinahe noch geschafft, äh, zu gewinnen. So, wir haben eine Verlobby. 18 Leute, zwei E-Walks. Gott sei Dank. Man hört hier auch leider halt nicht. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte jetzt nicht direkt wieder am Anfang als, äh, Evoque starten. Das kam von da. Da ist er. Scheiße, er hat sich schon wieder hingeholt. Wir werden immer weniger. Alter. So, wir haben gerade auch schon die Meldung bekommen, dass das Shuttle gleich da ist. Na, ich muss hier raus. Na, als ob ich jetzt dadurch gestorben bin. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Nice. Sehr gut. Da waren es nur noch drei. Jawohl. Haben wir bekommen. Nur noch einer. Den werden wir uns jetzt auch noch holen. Ja, sehr schön. Wir haben zwar gewonnen, aber leider als Evoque gewonnen. Wir wollten ja gerne als Sturmtruppler gewinnen. Das war's so schön mit dem Video. Äh, mehr Runden werde ich mir jetzt erstmal nicht antun. Äh, es kommen sicherlich noch Videos dazu. Keine Sorge, mir gefällt dieser Modus wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es halt nur schade, dass ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe, als Sturmtruppler zu überleben. Allerdings, ja, liegt es sehr an mir und nicht an dem Spiel. Und, äh, da muss ich auf alle Fälle noch ein bisschen üben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut dabei, bis dann. Ciao.